Ah, ich habe gehört, du bist wieder auf Out of the Stay. Ich grüße dich am Montag, schön, dass du eingeschalten hast. Ja, vielen Leuten ist dir manchmal bewusst, dass irgendwie wo etwas zu rechtfertigen ist, aber ich bin weder in der Eheberatung noch sonst irgendwo, also Rechtfertigung ade. Und ich muss ehrlich dazu sagen, mag vielleicht sein, dass man dies und das wissen will, aber ich habe auch ein Recht auf Freetime, Ruhe und das Ganze. Und ja, egal was ich auch mache, egal was ich auch nicht mache, ich habe das Recht, mir die Freizeit zu gönnen. Da ist es mir egal, ob es jetzt Seppel, Franz oder sonst wie heißt. Und mein Recht ist mein Recht und das kann man nicht mit Füßen vertreten oder zertreten. Und ja, ich habe gehört, ich habe gehört, ich habe nichts gehört, würde ich mal sagen. Jeder Mensch muss sich nicht vor anderen rechtfertigen, würde ich mal sagen. Wie gesagt, nur in einer Beratung vielleicht oder wenn man verheiratet ist, kann man sich rechtfertigen lassen und daher ich das nicht bin. Also, ich bin niemandem die Rechenschaft schuldig. So sieht das Ganze einmal aus. Und ich wünsche euch allen hier einen schönen Montag. Sorry, aber wenn man mir das nicht gönnt, muss ich auch ein bisschen anders reagieren. Es hat nichts mit Menschen persönlich zu tun, aber es macht mich einfach in unserem Land traurig. Wir leben in Freiheit und nicht in Gefangenheit. Wir leben in Freiheit und ich unseren Moment, dic 17 Tag. Vielen Dank.